Ich bin Andreas, Halle Tanzfitis. Heute schon wieder das Thema Cueing. Cueing ist kein Keks oder so, sondern es ist die Zeichensprache der Gruppenfinistrainer und Cueing, das heißt, komme ich nur eigentlich zu Cue, das heißt, Handzeichen geben. Und jeder Gruppenfinistrainer halt auch, egal welches Tanzfinistprogramm, wie zum Beispiel Zumba, ich mache ja Zumba, oder ob Kapau, oder Philoxing, oder, ja, halt, egal welches Gruppenfinistprogramm. Jeder Gruppenfinistrainer, der muss das Cueing beherrschen, das heißt, Handzeichen geben. Also in den meisten Tanzfinistkursen ist es halt so, dass es normal ist und nicht verbal. Und da will ich jetzt auch mal was zeigen, wie das so läuft im Kurs. Also ich stelle mich halt vor und dann, wenn halt die Schule beginnt und auch halt weiterläuft, dann gebe ich halt Handzeichen, damit die Teilnehmer wissen, wo es hingeht. Und da werde ich euch jetzt halt etwas so Beispiele zeigen und damit ihr auch halt euch ein Bild davon machen könnt. Ist ein bisschen Wind, hallo Wind, schön, dass du mal da bist. Ich hoffe, wir können mich trotzdem mal stehen. Und jetzt müssen wir lauter sein. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt anfangen, dann machen wir jetzt zwei Schritte nach da ist, dann die Translation nach da. Wenn wir jetzt halt zwei Schritte nach unten gehen sollen, zum Beispiel halt für die Kniebeugel und auch zweimal dann, oder viermal. Dann teilen wir jetzt halt wieder die Füße zusammen, dann wieder so, wenn ihr wieder so. Wenn wir jetzt das viermal machen sollen, dann... So, dann jetzt wieder zusammen, dann... So, dann wieder so. V-Spit zweimal. Dann nach da. Nach da. So, dann zumachen. Vier Schritte. Vier schon nach da. In der V-Spit. Viermal. In der V-Spit nochmal. Viermal. So, dann hier. So. 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 Ja, so. Da, 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 da. Da zurück. Dann geht das so. Davor. Wenn der Teile nach vorne, der nach neben mir kommt, dann mache ich das so. Zurück und... Ja, so. Und wenn das wieder der Holung sind, dann mache ich das so. Oder in dem Tempo erhöhen. Dann... Das schweb. T Rudolph hat. Wiao. Davor. Porschwód. Wiego. Tremal. 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 Ja, ein Cueing, das heißt, ich gebe den Teil immer einen Takt oder einen halben Takt vor den nächsten Tanzkirchen halt die Richtung vor, weil er sagt, wie die Tanzkirchen da sind, wie er wissen, wie es weitergeht. Und ich habe auch das Cueing beschrieben, da habe ich auf meiner Seite, tanzfindetsbuch.net, habe ich auch was beschrieben, was Cueing ist, können wir nachlesen. Und ja, das Video habe ich jetzt hier auch, ich habe das ja schon mal gemacht, ich habe das hier mit Cueing erklärt, weil ich ja damit dringend mache, jetzt habe ich gedacht, man habe mich da draußen hier, eine schöne Naturlandschaft hier, im Sauerland hier, wo ich bin, und hoffe, gefällt euch das Video. Und ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären, was Cueing ist, aber auf jeden Fall wisst ihr jetzt, was Cueing ist. Daeralit zweimal, ins Seiteu, zur und dringend da oder in ampli, vische, oder zurück, v salahwa, zurück, zurück, vor, zurück, v zerow, so zurück, v schwebt. So, das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen, das war es nicht wirklich und dann, ja, bis nächstes Mal, lasst Like, Abo da und bleibt fit, tanzfitis, tschüss, bis nächstes Mal.